Es ist 15.55 Uhr Ortszeit. Wir befinden uns auf dem 3. Flughafen Barajas. Auch genannt Arufuerto Adolfo Suárez. Neben uns ist gerade eine Maschine nach Venezia gestartet. Aber da wollen wir nicht hin. Das heißt noch nicht hin. Wir warten auf unseren Weiterflug nach Mallorca. Und werden in der schönen Stadt Palma de Mallorca übernachten. Das heißt noch nicht hin. 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 Ich schreibe dieselbe. Aber das heißt noch nicht hin. Das heißt noch nicht hin. Wobei es in der Zeit noch nicht hin. Es war immer gespielt. Bis zum nächsten Mal. LAMIDA 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020